In der Mittelkonsole befindet sich das Multifunktions-Display des R-Link 2 Multimedia-Systems. Je nach Fahrzeugausstattung ist dies ein hochformatiges 8,7 Zoll oder ein querformatiges 7 Zoll-Display. In beiden Varianten kommt als Touchscreen ein kapazitives Display zum Einsatz. Mit dem Multifunktions-Display werden alle Multimedia- und Fahrzeugfunktionen gesteuert, unter anderem auch das Multisense-System. Das innovative Renault Multisense-System erlaubt es dem Fahrer, das Fahrwerk und verschiedene Fahrzeugparameter wie Getriebeschaltpunkte, dem Fahrstil von komfortabel über neutral und eco bis sportlich anzupassen. Im Modus Perso lassen sich fast alle Fahrzeugparameter konfigurieren. Alle Informationen über die Bedienung und Einrichtung des R-Link 2 Multimedia-Systems, über das Multisense-System und die Fahrzeugeinstellungen können im Videoportal im Film R-Link 2 eingesehen werden. Das optionale Bose Surround-Audio-System bietet ein unvergleichliches Klangerlebnis im Renault-Talisman. Der Hochleistungsverstärker steuert zwölf Lautsprecher, darunter einen Subwoofer, so an, dass jeder der Passagiere die bestmögliche akustische Klangqualität genießen kann. Im Ablagefach der Mittelkonsole befinden sich zwei USB-Anschlüsse, ein Klinkenanschluss und ein 12-Volt-Steckanschluss. Im hinteren Bereich der Mittelkonsole sind zwei USB-Ladeanschlüsse und ein Klinkenanschluss vorhanden. Im hinteren Bereich des Hauses und Kap van der Mittelkạt Gramm-G Vielen Dank.